Im Video zu den unterschiedlichen Referenztypen haben wir gesehen, wie sprachliche Ausdrücke auf Personen, Gegenstände sowie zeitliche und örtliche Beziehungen referieren. In diesem Video stellt die Indexikalität, also das Zeigepotential, einiger dieser sprachlichen Ausdrücke im Vordergrund. In der Sprachwissenschaft wird dieses Zeige- oder Verweispotential als Deixis bezeichnet. Der Begriff Deixis von Altgriechisch zeigen geht auf die Sprachtheorie von Karl Bühler zurück und meint die Bezugnahme auf Zeit, Ort und Person. In einer Sprechsituation wird sie durch deictische Ausdrücke wie ihr, du, jetzt, letzte Woche, nächstes Jahr, hier oder dort realisiert. Deictiker benötigen immer ein Bezugselement, also eine Perspektive, von der ausgezeigt wird. Bühler nennt dies die Sprecher-Origo, also das deictische Zentrum. Im Zentrum dieser Sprecher-Origo steht immer ein Sprecher, dessen Bezüge der Ort hier, die Zeit jetzt und die Person ich sind. Von hier aus eröffnen sich drei Dimensionen der Situation Deixis. Die Ortsdeixis bezieht sich auf alle lokalen Verweise wie dort, da oder drüben. Wie wichtig das Bezugselement deictischer Ausdrücke ist, zeigt vor allem das Beispiel rechts von bzw. links von. Zwei Personen, die sich gegenüberstehen, beziehen sich mit rechts von mir objektiv auf genau gegensätzliche Zeigerichtungen. Die zweite Dimension ist die Zeitdeixis, ausgehend vom Jetzt des deictischen Zentrums. Auch hier zeigt sich, dass es nur einen situationsabhängigen Bezug zu neulich, gestern, damals oder bald, später, morgen geben kann. Die Temporaladverbien erhalten nur dann eine Bedeutung, wenn Sprecher und Hörer sich in der gleichen raumzeitlichen Umgebung befinden. Schließlich können wir in Sprechsituationen auch sprachlich auf andere Personen verweisen. Mit der Personen- oder Personaldeixis werden die Teilnehmerrollen des jeweiligen Sprachkontextes enkodiert, die wir mit verschiedenen Arten von Pronomen benennen können. So kann zum Beispiel die Bedeutung des Personalpronoms du nur dann entschlüsselt werden, wenn der Hörer nachvollziehen kann, auf wen sich die sprachliche Zeigegeste des Sprechers bezieht. Das deictische Zentrum in gesprochensprachlicher Interaktion, zum Beispiel in einem Gespräch mit einer anderen Person, ist in der Regel das des jeweiligen Sprechers. Sprecher und Hörer teilen sich in diesem Fall den gleichen Wahrnehmungsraum, der dann auch dem gemeinsamen Verweisraum entspricht. Die deictischen Ausdrücke Hier und Jetzt haben für beide Kommunikationspartner die gleiche Bedeutung. Der Sprecher kann hier voraussetzen, dass der Hörer die Bedeutung von Hier und Jetzt entschlüsseln kann. Ein Sprecher oder ein Schreiber muss durchgängig sicherstellen, dass der Hörer oder der Leser nachvollziehen kann, worauf konkret verwiesen wird, da es sonst zu Verständnisproblemen kommt. Hierzu ein einfaches Beispiel. Sie finden am Strand eine Flaschenpost und lesen auf dem Notizzettel, diese Flaschenpost muss übermorgen an mich zurückgeschickt werden. Sie haben nun keine Möglichkeit, die Flaschenpost zurückzuschicken, da Sie die Sprecher-Origo des Absenders nicht kennen. Sie wissen nicht, worauf sich das deictische Übermorgen bezieht, weil Sie dazu wissen müssten, wann der Zettel geschrieben wurde. Mich verweist deictisch auf den Verfasser der Nachricht, den Sie ebenfalls nicht kennen. Und wohin die Flaschenpost zurückgeschickt werden soll, können Sie ebenfalls nicht wissen, da Sie den Ort nicht kennen, von dem die Flasche abgeschickt wurde. Da sich Sender und Empfänger der Flaschenpost hier nicht den gleichen Wahrnehmungsraum teilen, misslingt die Kommunikation. Die schriftliche Kommunikation, mit der sich die Textlinguistik befasst, zeichnet sich nun gerade dadurch aus, dass sich Textproduzent und Textrezipient nicht den gleichen Wahrnehmungsraum teilen, da schriftliche Kommunikation in der Regel situationsentbunden ist. In fiktiven Kurzgeschichten, Märchen oder Gedichten etwa, ist die Sprechsituation des Textproduzenten unerheblich. Nichtsdestotrotz finden wir zum Beispiel auch in unserer Zeitungsnachricht sprachliche Ausdrücke, die in der Dimension der Zeitdeixes verweisen. Mit am Mittwochnachmittag, zwischen 15 und 15.30 Uhr, Diebstahl vom Dienstag und dem Temporaladverb noch in Verbindung mit dem durativen Verb andauern, bezieht sich der Verfasser auf den eigenen temporalen Wahrnehmungsraum, während er den Text schreibt. Die Referenz dieser deictischen Verweise ist dadurch gesichert, dass in Zeitungen tagesaktuell berichtet wird und das Datum der jeweiligen Zeitungsausgabe als Ausgangspunkt des Zeigens dient. Eine Formulierung wie, die Ermittlungen dazu dauern noch an, bedeutet also nichts anderes als, die Ermittlungen dazu dauern zum Zeitpunkt, während Sie diesen Text lesen, noch an. Die Personaldeixes, die wir bereits als Verfasserreferenz kennengelernt haben, können wir hingegen gut in szenischen Reportagen nachweisen. Schauen wir uns dazu einmal einen Ausschnitt aus einer Zeitreportage an. So saß ich denn im glühend heißen Amman, vor mir eine jener Karawansereien, in denen hochbeladene, schwankende Busse, umgeben von Staubwolken, ein- und ausfahren. Ich saß am Straßenrand und wartete. Um 12 Uhr sollte das Gemeinschaftstaxi, in dem ich den Sitz neben dem Pfarrer gemietet hatte, starten. Doch längst war es 2 Uhr geworden. Die Koffer, die ich um mich versammelt hatte, waren mit einer dicken Staubschicht überzogen. Ein paar backschisch heischende Knaben, hatten schon Grimassen darauf gemalt. Wo blieb das Taxi bloß? In diesem Text werden die Erfahrungen einer Ich-Erzählerin geschildert, die mit einem Taxi von Amman, der Hauptstadt Jordaniens, nach Bagdad reist. Typisch für diese Vor-Ort-Reportagen ist, dass die Textproduzentin das Erlebte aus persönlicher Sicht szenisch darstellt. Sie ist dadurch gleichzeitig die Hauptakteurin des Textes. Das Ich gilt als personaldiagnischer Ausgangspunkt und der Leser kann mittels seines Textsortenwissens und der Namensangabe der Autorin den Referenzbezug nachvollziehen. In der Kommunikation ist es darüber hinaus auch möglich, eine imaginäre Bezugswelt zu erschaffen und somit die Sprecher-Origo sozusagen zu verschieben. Hierzu ein Beispiel aus dem Alltag. Angenommen, Sie wollen Ihrer Mutter per Smartphone erzählen, wo genau sich ein altes Fotoalbum auf dem Dachboden befindet. Da Sie sich beide selbst nicht auf dem Dachboden befinden, verschieben Sie als Textproduzentin die Sprecher-Origo auf den Wahrnehmungs- und Verweisraum des Dachbodens. Von diesem Nullpunkt können Sie nun auf die Umgebung verweisen, obwohl weder Ihnen noch Ihrer Mutter der Bezugsraum als sinnlich wahrnehmbare Umgebung zur Verfügung steht. Denkbar wäre, dass Sie so etwas schreiben wie Wenn du auf dem Dachboden bist, siehst du links einen großen Karton. Den schiebst du weg und siehst dann hinten an der Wand einen Bücherstapel. Rechts daneben steht ein kleiner weißer Karton. Wenn du ihn aufmachst, müsste das Album oben drauf liegen. Sie sehen, dass die schriftliche Instruktion viele lokal-deikische Ausdrücke beinhaltet, mit denen Sie den imaginären Wahrnehmungsraum sozusagen betreten. Dieses Übertragen der Sprecher-Origo bezeichnet Bühler als Deixes am Phantasma. Wir haben gesehen, dass es sehr viele sprachliche Mittel gibt, mit denen man situationsdeiktisch verweisen kann. Besonders zu nennen sind hier Lokal- und Temporaladverbien, Adverbialsätze, Personal- und Demonstrativpronomen, bestimmte Artikel- und Präpositionalphrasen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017